1.500 Meter, hallo! So, hallo, hallo, hallo! Jetzt kommt es los, die Rocky-Bahn vorne. Wir machen wieder heute noch 3,34 Euro. So, jetzt der Richterversuch über 2,24 Meter für Mercier Rotter. Aber jetzt ist die Bahn frei, jetzt ist der Mann noch frei. 2,24 Meter. Und jetzt ist die, auf die Backlosen und der Schuze, auf die Haube! Hau, 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 ja, joh, Mercier Rotter. Applaus Und jetzt schauen Sie den Aufrichter zum Einrichten der Latte. Das ist schon sehr hoch. Zwei Meter hoch, dreißig liegt die Landwirte hoch, zwei Meter und dreißig. Sie haben die Rufgasse, absoluter Weltkassemann, Vize-Weltfresser. Kommt jetzt, dass Sie eine Weltkasse höher auflegen. Halte in Mitte. So, wie schaut Nummer neun hier, Christian Möller-Inzi aus. Jetzt kommt Elsa Payne aus Scotland. Elsa Payne, Mitte, Nummer zwei aus Scotland. Das hat jetzt eine Situation, aber gut, das ist ja. So, jetzt zwei Meter und dreißig, meine Damen und Herren, der erste Versuch für alle zehn Mitglieder. Okay, und da haben wir alle zusammen, und da haben wir sie. Und da haben wir sie. Ich glaube, wir machen nur die beste Unternehmerin, meine Damen und Herren. Ich rate noch auf 14. Chris Johnson aus England. Chris Johnson aus England. So, was ihr überraschendes Sieg am Ende. Bis das Nummer 40 wird von Sie. Bis zum nächsten Mal.